Grüezi, Monsieur Deleg. Der SRG-Generaldirektor beantwortet Publikumsfragen. In einem elaborierten Schreiben hätte Jean-Jacques Collimont aus Baselstadt folgende Kritik formuliert. Die Sendung «Glanz und Gloria» ist absolut überflüssig. Die Schweizer Prominenten haben weder Glanz noch Gloria. Herr Collimont, da muss ich Ihnen leider aufs Vehementeste widersprechen. Es gibt in der ganzen SRG-SSR nichts Glamoureuses als diese Sendung. Zumindest die ersten drei Sekunden, wenn einem beim Signet hunderte, wenn nicht tausende von glänzigen G's um die Ohren fliegen. Nachher, da muss ich dem Herrn Collimont Kontrecoeur beipflichten, verliert die Sendung tatsächlich ein bisschen von ihrem Glanz. Aber ich muss den Kolleginnen und Kollegen von Glanz und Gloria an dieser Stelle gleich ein kleines Kränzchen finden, weil ihnen klingt abends für abends ein, wenn sie mir den Vergleich erlauben, kulinarisches Kunststück. Sie servieren uns, die Schweizer Servalaprominente, so als wäre es Sushi. Merci, Herr Deweck.